Abonniert, liked dieses Video, das Video ist verrückt lustig, ich hab noch nie sowas in meinem ganzen Leben gemacht, okay? Ihr habt mich wirklich zum Hund gemacht, wirklich, wirklich, das ist verrückt, verrücktester Prank, den ich jemals gemacht hab. Folgt mir auf Instagram, BachelorBBY, bei 300 Likes kommen sogar Part 3 von diesen Videos, weil die sind zu lustig. Ey, ey, Shoutout an ihr und ihren, ihren Ken-Man-Typ, so, Ty, shit, ich will nicht for real, deine Chaya, so, diese, so diese lockere, so, Spaß, so, Ty, shit, so. Typkacke, Typkacke. Sag mal, sag mal, sag mal jetzt. Ich wollte fragen, wann hast du Zeit eigentlich? Ähm. Red weiter. Was? Red doch weiter. Ja, ich muss überlegen, ich weiß nicht, also es ist schwer, im Moment sag ich dir ganz ehrlich, weil, ähm, ich bin in einer Kinderphase. Ja. Ja. Hm, hm, warum? Wie, warum? Warum lügst du? Red weiter. Warum soll ich lügen? Red doch weiter. Was für Red weiter? Ja, du redest nicht. Ja, was soll ich dir sagen? Weiß nicht, wo wir gechillt haben. Wir haben einmal gechillt. Ja, und vermisst dich so, weißt du? Ja, genau, das ist, äh, fünf Monate, ja. Ich will deine Kennenlernphase sein. Du willst meine Kennenlernphase sein. Ja, ich will so diese weiteren so, diese schon kennengelernt Phase sein. Sag, kannst du ein Video von ihr schicken, wo es ja ein Bild von dir auskommt und sie so draufspuckt. Was? Erklär mal. Was erklären? Ja, erklär mal, was ist diese weitere Phase? Ja, so, ich will, so, weißt du, ich mag dich halt. Du magst mich. Jetzt auf einmal so um 22.48 Uhr fällt dir ein, aber zum Beispiel, ich mag Elenia. Ja, lass essen gehen. Aber willst du auch ein Bild von mir ausdrücken, so, und so drauf spucken, so ein bisschen? Was? Egal, 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 äh, ich mein, so, lass mal essen gehen, wirklich. Ich bin in deiner Kennenlernphase, mein Lieber. Kann mir nicht so freundschaftlich chillen. Du hast mir damals gesagt, Freundschaft zwischen Mann und Frau geht nicht. Ich war ein anderer Mensch damals. Ein anderer Mensch vor fünf Monaten. Ich lade dich auch zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein, ich mache alles, die Checks, ich habe halt nicht verstanden damals so, dass ich dich so mag, weißt du? Ja, genau, weil du das ja auch so schnell, ähm, weißt. Weißt du, so, ich, es tut mir halt so leid. Es tut dir leid? Was tut dir denn leid? Dass ich so nicht alles gegeben habe, weißt du? Ach so, er ist zu spät. Du lachst mich gerade aus, ist das dein Scheiß Ernst? Nein, ich lach dich nicht aus, ist doch süß. Nein, so, so, immer so Leute sagen, so, ja, Bachelors Player und so diese, aber ich bin eigentlich so, weißt du, ich will nur einmal gekuschelt werden, so. Ach so, ja, genau. Und dann fällt dir ein. Ja, du bist halt eins, so, so, weißt du, so, die eine. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Sag mal ehrlich, deine Kennenlernphase will selber sagen, ja, Bachelors verdient, so. Meinst du? Ich weiß, so, weißt du, so, es gab halt nicht so viele Girls, also eigentlich keine, die mich so immer so ab und zu gecallt haben, wie du, weißt du, du hast mich so manchmal so gecallt und so. Ja, ist auch schon lange her, ne? Ja, aber ich hab halt nicht so gecheckt, weil ich war so unterwegs und so, aber jetzt so, weißt du? Nee, eigentlich nicht. Was nicht? Ich weiß nicht, was du meinst damit. Was? Was du damit meinst. Ja, so, du bist einfach die eine für mich, weißt du? Ich denke eher nicht. Du bist so die eine, die mich halt ändern kann und ich glaub, ich bin verloren, weißt du? Mir sagen immer Leute, ich bin verloren und ich glaub, so, du bist die eine, weißt du? Oh, bitte, hör auf. Du bist mein Engel. Oh mein Gott. Du bist, guck mal, du bist das I.T.E. in meinen Eistee. Aha. Ja. Toll. So, diese, ich bin so dreckig, du kannst mich so clean machen, weißt du? Ja, genau. Du kannst so alles retten. Ich kann alles retten. Weißt du, weißt du, was ich jetzt am liebsten will, wenn sie dann gerne sagt, ich will dich umarmen. Weißt du, was ich jetzt so, guck mal, Leute sagen, ja, mein Goal, das, das, so. Eigentlich, weißt du, was ich so auf Ernst will, so. Ja? Ich will einfach nur, dass du mich umarmst, so. Dass ich dich umarme. Ja, so, so drücken, weißt du. Ich kann dich ja mal umarmen. Irgendwann mal. Wann? Irgendwann mal. Ja, du hast schon so Pulli gekauft, mit diesen King und Queen Pullis. Weißt du, kennst du diese King und Queen Pullis, so. Bitte hör auf, bitte. Aber du checkst nicht so, du bist einfach so die eine, die so, weißt du, so. Ich kann einfach nicht so. Abends, wenn ich so schlafen gehe und so, ich denke mir so, fuck, Digga, ich hab da so verkackt. Ach, passiert, passiert. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich hab auch so einen Film geschaut, da war so Message, so, lass niemals so die Liebe deines Lebens los und sowas, weißt du. Ach, so, und ich bin die Liebe deines Lebens. Ja, willst du nichts sagen? Ich denke, er nicht. Aber warum stöhnst du jetzt? Ich fühl mich, wisse, ich muss ein bisschen lachen. Hat nichts mit dir zu tun. Kannst du ruhig weitermachen. Ha? Nichts, ich wollte sagen, so. Ich hab dir halt gesagt, so, du hast mein Herz halt gestohlen. Sag, ich bin jeden Tag der Fanster. Ach, okay. Ich geb's dir wieder zurück. Ich spreche jetzt, ich bin sehr. Es wird halt immer ernster, weißt du. Aha. Ich helde dir jetzt auf einmal ein. Warum lachst du mich aus? Guck mal, das ist so unangenehm. Digga, wo aus deiner Ecke kommst du jetzt? Du machst es so unangenehm, ne, weißt du. Nein, sag, du bist jeden Tag der Fanster, weil du so krass an dir denkst. Ich bin jeden Tag auf deinem Instagram. Wie heiße ich denn auf Instagram? Ja. Ah, ja, ja, merkst du selber, ne? Bist du dumm? Wir haben Dieners, denkst du, ich find dich nicht. Ich bin jeden Tag auf deinem Instagram mit meinem Privataccount. Ach so, ja, ja. Ja, ich versteh nicht, warum du mich grad so hochnimmst. Prankst du mich grad so aus? Ich dachte, diese Feelings sind neutral. Alter, ist schon sehr, sehr lange her, ne? So, und ich mein, da ist grad jemand in meinem Leben, so. Und du willst mir sagen, du wirst mit ihm so für immer sein und so? Weiß ich nicht, aber ich find's draußen. Das bricht Lopi grad deine Herzen. Das bricht mein Herz so in tausend Teile. Das tut mir sehr, sehr leid. Du bist einfach S, weißt du? Ich jetzt bin S. Weil alles denkst du an sie, sogar beim Kacken. Nein, nicht S, A, S, S, sondern E, S. Du bist S. Du bist es. Ich denk... Ich denk immer an dich, weißt du? Ich geh im Gym, ich denk an dich. Ich weiß nur, wo wir immer gefaced haben, als ich im Gym war. Ja, ja. So. Selbst so beim Kacken heute. Das ist okay. Egal, was ich mache, so. Du bist so Topic, weißt du? Ach so. Ich hab mich sehr geschmeichelt. Wirklich? Sag, du bringst jetzt nur noch Essimmitionsmittel wegen dem Schmerz. Oh, Mann. So. Weil du musst dich reinigen und so. Weißt du, so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, ich hab kein... Ich geb alles. Was soll ich machen? Da gibt's alles. Sag! Soll ich jetzt? Komm! Komm mal. Dann fang ich jetzt wirklich an, so ein bisschen zu weinen. Komm jetzt. Ich verstehe das nicht. Du lachst mich einfach so. Frauen sind wirklich so schwer zu verstehen. Wirklich. Wirklich. Wir haben uns locker ein halbes Jahr nicht mehr gehört. Und jetzt um 22 Uhr rufst du mich an. Ja, sorry, dass ich dich liebe. Was soll ich machen? Dass du mich liebst. Ach so, okay. Ey, ist das schlimm? Soll ich dich hassen? Nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Danke. Aber was verstehst du nicht? Ich stalke dich auf Instagram die ganze Zeit. Was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Wie? Was sollst du machen? Du sollst so auch so sein wie ich, weißt du? Zu mir. Ach so. Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich glaub eher in einem anderen Leben. Ich mein einfach nur, sie soll ihren Freund droppen. Aber würdest du nicht so deine Kennleinphase droppen für mich? Du verstehst es nicht. Ich will dich unbedingt. Ach so. Ich denke eher nicht, weißt du. Wir sind viel, viel, viel zu unterschiedlich. Guck mal, aber damals, wo ich dich so ignoriert hab in Text und so, da haben wir uns getroffen. Jetzt, wo ich so nett bin, triffst du dich nicht mit mir. Was soll das? Wie, was soll das? Ich hab keine Interesse. Warum? Bin ich hässlich? Bin ich hässlich? Hat nichts damit zu tun, auf gar keinen Fall. Aber es ist einfach so. Ist das wegen meiner Nase? Hä? Ist das wegen meiner Nase? Was hat deine Nase damit zu tun? Ja, ich weiß nicht so. Ja. Ich versuche irgendeinen Grund zu finden, weil... Ich hab auch 30 Zentimeter. Ich hab 30 Zentimeter, ich hab alles. Sag, du findest heraus, wenn die Kennleinphase ist und bist echt das Problem. Was war anders? Was war anders? Ich bin auf meine Knie, ich bitte dich. Bitte hör auf. Wir können nach Italien und so. Nach Italien? Ja. Alles auf meinen Nacken. Ich bezahl alles, du verstehst nicht, ich mach alles. Ach so. Trotzdem. Aber was soll das? Ich verstehe das nicht. Was verstehst du denn nicht? Ich bin so aufgeregt, du verstehst, das ist so schwer für mich gerade und dann höre ich sowas. Dennis, du bist Pi, denkst du? Es tut dir ja gar nicht leid, das geht ja gar nicht. Ich verstehe das nicht, ich dachte, du bist anders. Hast du euch gesagt? Du veränderst mich wirklich, ich war noch nie so. Du warst noch nie so, du hürtest mich. Es tut mir sehr leid. Ich war noch nie so, ich war noch nie so. Du hast mich verändert, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Weißt du, wo du mir gesagt hast, dass du Rocket League spielst und so? Ja. Ja, das ist so mein Traum, weißt du, so kuscheln, Rocket League spielen. So was. Du bist halt die eine, weißt du? Ich bin gerade in der Kenland-Phase, es wird gerade ernst, ich bin loyal. Seit wann? Erklär mir mal über diesen Typen mal was. Was kann er besser als sich? Es hat nichts damit zu tun, dass er besser ist. Es hat einfach was damit zu tun. Also bin ich besser? Das, ähm, weiß ich nicht. Ich mich mit dem verstehe, wie ich auf einer Welt bin oder sowas alles. Ich geb dir die Welt, alles, alles, was du willst. Ich will einfach nur... Das hat nichts damit zu tun, das ist sehr, sehr lieb von dir, aber ich glaube, wir finden nichts mehr zueinander. Warum? Weil du ein ganz anderes Leben lebst als ich. Hä, was ist denn unterschiedlich von dir und von mir? Du bist ja, du bist ja, du bist ja öffentlich zum Beispiel, ich nicht. Aber ich hab mich verändert, ich scheiß drauf, ich scheiß auf alles. Du brauchst mich verändert. Du hast mich verändert. Weißt du, ich studiere. Du studierst jetzt? Computerlinguistik. WCAP. Nein, ich hab aufgehört. Normal, hä? Sehr schön. Für dich? Für mich? Oh Mann. Ja, ich hab mich verändert, ich will alles. Tut mir leid. Es tut mir leid. Wie sollen unsere Kinder heißen? Guck mal, ich hab so überlegt, wie wir so unsere Kinder auch nennen würden, sowas. Was soll ich hier dazu sagen? Geht dein Freund studieren? Mein Freund, also macht auch Abi. Ah, auf einmal ist es dein Freund, also. Du hast jetzt von Freund ange... also damit angefangen. Ja, ich hab dir eine Falle gestellt. Okay, es war so random, welche Shampoo-Marke du benutzt. Guck mal, ich würde sogar so mir merken, welche Shampoo-Marke du benutzt und die immer kaufen. Was soll? Guck mal, ich hab mit meiner Mutter also geredet und sie meinte, ich soll immer meinen Traum jagen, weißt du? Ich frage, was ist dein Lieblingsrestaurant? Was ist dein Lieblingsrestaurant? Magst du Trüffelpasta? Ja. Ja, komm, Trüffelpasta. Und wir können, guck mal, ich war einen Monat in Wien. Ich bin gerade so auf diesen Travel-Trip und ich will halt so die Liebe meines Lebens mitnehmen. Ja, wie? Oh, ich hab Schule. Du kannst doch Italienisch, lass Schule in Italien machen. Ach so. Ach, wenn das so einfach wäre. Ja, aber das kann nicht einfach so enden, weißt du, das ist so traurig. Ja, das ist traurig, aber was soll ich machen? Du verstehst nicht, das ist so herzerbrechend, weißt du, das ist so traurig. Es tut mir so leid. Das könnte nicht mal so mein schlimmster Albtraum sein. Oh Mann. Ich will, dass du weißt, was ich wirklich ernst mit dir meine. Ich will, guck mal, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil ich hab sowas noch nie gesagt, aber du sollst halt wissen, dass ich so richtig, richtig, richtig ernst mit dir meine, weißt du. Ja, was soll ich dir sagen? Ich würde mich low-key umgeben, wenn du mein Handy, wenn ich mich erinnerst. Ich will low-key nicht mehr, weißt du, leben so ohne dich, weißt du. Ich brauch dich wieder in meinem Leben. Ich hab was. Ich hab was. Freestyle mal für mich. Okay, okay, okay. Ein Kind gestemmtes. Ja, bitte. Ja. Nur an einem Tag. Ich mach 1000 Euro, Mama, denk ich, ich bin ein Plug. Diese Chair ist perfekt, sie weiß, was ich mag. Sie liebt Bachelor, sie will immer wissen, wo ich bin und was ich mach. Was hat? Was hat Schatz? Aber ich bin jeden Tag mit anderen. Sie weiß, ich bin Pi, deswegen... Fuck, fuck! Das fehlt, ist okay. Warte, ich versuch nochmal. Warte. Okay. Warte. Ja. Wir müssen in den Flow kommen, warte. Ich weiß, ich bin der größte Pi, ne? Egal wo ich bin, jetzt Camera Action, alle Augen auf mich, jeden Tag, ne? Fuck, nein, ich kann das nicht. Es tut mir leid. Was anderes? Was soll ich machen? Was anderes? Was anderes? Ich bin zu nervös, ich bin zu nervös, okay? Okay, du weißt, ich kann das eigentlich. Alles gut, alles gut, passt schon. Guck mal, okay, okay. Ich bin aber auch gut in Gedichten, okay? Ich hab paar geschrieben für dich. Okay. Okay, aber das erste, so, du weißt, hast so schöne blaue Augen. Mhm. Und ich hab mich direkt in denen so verloren, so auf Ernst. Okay. Deswegen. In deinen Augen tief und klar, strahlt die Liebe wunderbar. Mein Herz schlägt nur für dich allein. Du lässt mein Sein so glücklich sein. In des Lebens buntem Garten blüht, ein zartes Band, der Liebe zieht, mit jedem Atemzug, mit jedem Blick, wächst unser Band stark und schick. Gemeinsam tanzen wir im Licht, durch Höhen, Tiefen, im Gedicht. Die Liebe süß wie Sommerwind, ein ewiger Bund, der uns verbindet. Wow. Aber bist du dir sicher, ich hab blaue Augen? Süß wie Melodie. In deiner Nähe blüht die Harmonie. Ein Name, wie die Sonnenstrahlen lacht, in meiner Seele ein Glück erwacht. Wow. Das ist wunderschön. So wunderbar und fein. Dein Lächeln lässt mein Herz erblühen. In deiner Nähe fühl ich mich so rein. Für dich möchte ich immer da sein. Das war wunderschön. Mein Herz war aufgegangen. Warum lachst du mich aus? Ich lach nicht. Ist doch süß. Soll ich selber, ne? Was? Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Ich will nur hören, dass du mir eine Chance gibst, mich zu beweisen. Ich will dir einfach nur eine Chance, so, dass du mir eine Chance gibst, mich zu beweisen. Ich seh, das ist, guck mal. Wie soll ich das sagen? Das ist so einfach zu spät, weißt du? Seit wann? Seit langer Zeit, so. Irgendwie so fünf Monate oder so. Also hast du dir direkt einen neuen gesucht. Perfekt. Nö, ich sag ja nicht, dass ich einen neuen gesucht hab. Ich sag ja nur, dass du deine Chance verspielt hast. Willst du nicht auswandern? Scheiß mal auf Deutschland. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Call, aber... Digga, Chat, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das dauert zu lange, 20 Minuten, wir reden schon. Oha. Egal, vielleicht auf ein anderes Mal. Naja. Digga, Chat, ihr seid verrückt. Ich hab noch nie mal ihr sowas gemacht, ne? Ihr seid... Shiloiu, what the fuck? Ey, ey. Shoutout an ihr und ihren... Eben, kennen wir einen Typ, so. Ty, shit. Ich will nicht von real deine Chaya, so. Diese... So diese lockere, so aus Spaß, so. Ty, shit, so. Ty, kacke, ty, kacke. Jö.